Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. 78 Schulen in Sachsen-Anhalt besitzen mittlerweile diesen Titel, der sich gegen Diskriminierung jeglicher Art richtet. Unter dem Motto Courage Kreativ fand der 6. Landestag im Moritzhof und Umgebung statt. Die Landeszentrale für politische Bildung begrüßte eine Vielzahl an Schülerinnen und Schülern aus Sachsen-Anhalt. Diese konnten sich in 13 verschiedene Workshops erproben. Sei es Improtheater oder gar Selbstverteidigung, es war abwechslungsreich. Für Pädagogen fand eine Lehrvorbildung zur praktischen Umsetzung des Projektes Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage statt. Heute findet hier im Kulturzentrum Moritzhof der 6. Landestag Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage in Sachsen-Anhalt statt. Wir haben mehr als 300 Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer zu Gast. Das Thema ist Courage kreativ, das heißt alle Schüler beschäftigen sich auf kreativen Wegen mit Theater, mit Schreiben, mit Malen, mit Sprayen und anderen kreativen Dingen eben, wie man sich dem Thema Courage nähern kann. Und wir wünschen uns sehr, dass die Schüler, die hierher gekommen sind und die ja alle vor Ort aktiv sind, Anregungen mitnehmen, wie in ihrer Schule das Thema weiter bearbeitet werden kann. Wir sind Staub! 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 Staub!